Okay, das klappt, dass das Eisen dahin geht, das ist schon gut. Ich mache jetzt mal schön laut. Ich hoffe, der Händler kommt jetzt dann irgendwann, dass sie mal Tiere haben. Und es ist da gut. Ah, das Haus wird es selber. Schön. Dann können wir ihn mal ausziehen. Und dann können wir ihn mal ausziehen. Dann können wir ihn mal ausziehen. Oh, ich kann jetzt einen anderen Haus auflaut. Jetzt kommt es noch ein paar Häuser. Oh. Oh, oh, oh. Das ist doch schön, Stein, doch. Das ist so verdrohene, was für ein Steinkart ist, was so viel wird. Das läuft zwar recht gut mit dem Werkzeug, oder? Oh, die Zufriedenheit wird immer schlechter. Oh, ich bin ein bisschen Brauerei, glaube ich. Ein bisschen Brauerei? Friedhof sollte ich mal bauen, oder? Ich glaube, den mache ich hier oben hin. Der muss ja nicht in der Nähe von den Mäuse anziehen. Die Zufriedenheit wird immer geboren. Aber jetzt ist er eine Säge schrecklich. Wie ist das? Ah, da. Bye, I don't know, I don't know. Ja, ich weiss, ob da Aluminium noch hin muss. Ja, das sollte ich abmachen. Die Kälte sich wieder abreißen. Ich hätte sie lieber hier gekochen können. So, die Mine müsste doch hin. Upsala. Die Mine müsste hier hin passen, oder? Genau, bis zur Straße. Ja, so ist besser. So, da muss ja alles wegschubt. Ziemlich. So, ich bin die Flak-Kill. So, ich bin die Flak-Kill. Oh, ich bin doch ein Stranger. Mein Name ist das Kolder. 28 Gräber passen da rein. Ich hatte gerade noch 18 Werkzeuge da, die sind alle weg und bis vorn sind wieder alle. Das ist schon ein bisschen krass. 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 Das ist schon krass. Das ist der Wahnsinn. Ja, Schafe! Moment, der darf nicht weg. Uh, die sind teuer. Hm, der nimmt halt für's nichts, ne? Das reicht nicht ganz. Okay, da kaufe ich schon mal drei. Hätte ich dürfen aber dann nicht mehr wegholen. Und Moment. Okay. 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 Weinst du mal aufpassen, weil es jetzt ziemlich winter ist. Das war's für heute. Gut, dann haben wir es. Jawohl, ich habe Schafe. Da schon mal was. Oh scheiße, jetzt habe ich ja... Boah. Mäh. Habe ich schon ein Baby gekriegt? Ne, ich habe doch vier gekauft oder nicht? Nein, ich habe doch vier gekauft. Oh ja, Fleisch müsste er produzieren, oder? Oh, was braucht der dafür? Ach, der bräuchte Äpfel. Ah. Das machen wir aus Bären, oder? Oh, da ist es schon ein Grab. Oh, da ist mein Feierabend. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Nicht mal da hätte ich noch mit den Türen, ey. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling. Ich habe zu wenig Leute. Ent gridgen. Das sind wir jetzt incup. Das ist der Frühling. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020